Hey Leute! Ähm, Stegi hat ein Video rausgehauen. Ist irgendein Minecraft-Typi. QNTV, dein Ernst, hat er rausgehauen. 17 Minuten geht das. Ach du Scheiße, wenn das mal nicht eine komplette Auseinandernahme ist von QNTV. Ich bin gespannt, ob ich ihn komplett auseinanderflexe. Heute will ich euch zeigen, was für Dinge man lediglich tun muss, dass QNTV, dein Kanal, einen ekelhaften, pädophilen Fetischkanal nennt und dir persönlich auch Pädophilie vorwirft. Dass genau durch diese inflationäre Nutzung echte Pädophilie verharmlost wird, scheint da wohl jemand nicht zu verstehen. Ach, Scheiß drauf. Seht einfach selbst. Hat er an sich recht. Ich zeige euch ganz kurz, worum es geht. Vielleicht bin ich auch der Vollidiot. Das kann ja sein. Ich möchte ja nie so tun, als wenn ich der krasse Typ bin, der weißer ist, als hier die Menschheit oder so. Ist ja überhaupt nicht so. Aber jetzt, was Political Correctness angeht oder was generell die Moral hinter dieser gesamten Sache angeht, bin ich ganz klar der Meinung, dass es sehr dreist ist, was da passiert ist. Digga, es wird eh früher oder später kommen. Du kritisierst das nicht. Okay, ich bin jetzt gerade eben gespannt, äh, was es sagt. Das mit diesem Pädophilie-Inflationieren und sowas, gebe ich ihm tatsächlich, muss ich tatsächlich sagen, würde ich sogar zustimmen. Weil im Prinzip, es ist ja jetzt kein Content, wo man wirklich pädophil ist oder so. Oder wo man sagen kann, ja, der ist pädophil. Wegen Minecraft-Zeug. Ja, das ist ja, ist es ja nicht. Ne, das ist auch rein faktisch nicht. Aber warum? Die Kommentare sind ein Sammelbecken für Pädophile. Ja, aber der, der YouTuber an sich, das ist ja kein Pädoo-Minecraft-Kanal, weil, so wie das hingestellt wurde, hieß es dann also, dass der YouTuber ein Pädoo ist. Weil der steht ja auf Amy Rose oder sowas. Ne? Also, also so ein Ding ist, so wurde das ja hingestellt. Also, dahingehend ist es, äh, für mich kein Pädokanal. Aber ja, die Kommentare, die tummeln sich teilweise auch schon von Pädos. Das ist eher das Problem, ne? Das habe ich auch gesagt, das finde ich kritisch. Auf jeden Fall. Mal halt größer zu werden, ist halt Blödsinn. Das Ding ist einfach zwei Monate alt. Ich habe das random gesehen und dachte mir einfach, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Unabhängig davon, ob der Content gut ist, ob ich die Typen mag oder sowas, ist es einfach wirklich dreist, was da passiert ist. Lass uns einfach kurz darüber quatschen. Die Debatte über pädophiler Minecraft-Content. Das ist schon mal vorab ein fucking Titel, der sich gewaschen hat. Pädophil im Titel, Pädophil im Thumbnail. Unabhängig davon, was da jetzt kommt, bin ich der Meinung, wenn das jetzt nicht richtig crazy pädophil ist, mit, ey, kleine Zwölfjährige, lass mal was zusammen machen oder sowas. Wenn es das nicht ist, dann finde ich das schon mal sehr mutig und fast schon dreist. Ich mache auch Clickbait. Ich bin ehrlich, ich mache sehr viel Clickbait. Ich meine, ich mache realer Irrsinn, schreibe aber was drauf, Monte investiert den Steg. Es ist komplett unzusammenhängend. Dennoch schade ich in dem Moment überhaupt nicht Monte. Aber Pädophilie ist ein Ausdruck, finde ich. Da kannst du Leute einfach kaputt machen. Ich bin nicht mit so einem Alphastein oder so mit einem, wie heißt der andere? Alter, boah, der ist befreundet. Dennoch finde ich auch, die haben sowas nicht verdient. Außer natürlich, wir gucken uns das jetzt an und auf einmal kommt Pädophilie drinne vor. Dann hat er recht gehabt, dann ist das okay, dann ist es auch okay, die so X-Pot. Hatte ich aber letztens in einem seiner Videos gemacht, auch wenn es eine Spielfigur war, die er selbst gespielt hat. Sowas stellt man nicht zur Schau. Das stellt man auch nicht zur Schau. Macht man definitiv nicht und ich feiere ja die Videos auch nicht. Ich finde das einfach nur geisteskrank, wie man überhaupt sowas machen kann. Aber ich finde schon, es ist ja keine, weißt du, es ist ja nicht real, die Sachen, die dort dargestellt wurden. Es ist ja nicht real. Deswegen, du kannst es nicht auf die gleiche Stufe stellen mit richtiger Pädophilie. Das meine ich damit. Und ja, ich finde die Aussagen, die getroffen werden, in so einem Video komplett behindert. Ich finde es schrecklich. Und ja, es ist auch ein Sammelbecken für Leute, für pädophile Menschen, die sich dann an kleinen Kindern vielleicht dran machen wollen. Safe. Aber, ich kann auch Steg irgendwo verstehen. Posten. Aber ich bin da ganz leid der Meinung, okay, da ist gar nicht so viel Pädophilie im Spiel, oder? Ich bin einfach der Pädophile. Dann könnt ihr auch ein Video über mich machen mit Pädophilie. Quellen sind sehr, sehr wichtig in dem Kontext. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Video an. Bleibt bitte sachlich und bewertet nicht die kindliche Sprache. Darum geht es fucking nicht. Ihr schaut euch heutzutage auch nicht Fingertipps an. Deswegen bewerten wir auch nicht bei einem YouTube-Video, das für Kinder ist, wie die Leute da quatschen, weil es nicht für uns gemacht ist. Ich mache Play, drei, zwei, drei, zwei, eins, los. Herzlich willkommen, Freunde der Minecraft-Videos. Wir sind schon mal Freunde der Minecraft-Videos, das passt schon mal. Hi. Einen Kanal, beziehungsweise eine Art von Content. Ach, da reaktet er jetzt hier sozusagen drauf? Na ja, stabil. Verstehe ich nämlich überhaupt nicht. Und zwar diese komplett cringigen, auf Kinder abgezielten Minecraft-Videos. Am besten fasst es halt tatsächlich einen Ausschnitt von Eiterbeule zusammen. Okay. Ja, let's go. Oh mein Gott, ich habe die Versuche. Nochmal Reminder, wir sind auf jeden Fall alle über 10. Wir würden uns diese Videos nicht angucken. Aber es gibt Leute, die genau das lustig finden, die genau das entertainend finden. Und deswegen ist es eine Sache, wo wir sagen können, na ja, für uns ist es kein Content, aber anscheinend ist es völlig okay, dass es das gibt, weil es Leute sich anschaut. Es kommt doch aber auch auf den Inhalt drauf an. Und ich glaube, ein 8-Jähriger oder Leute, die unter 10 sind, haben nicht unbedingt das Bedürfnis, zwangsläufig sexuellen Inhalte oder sexuelle Inhalte, sexuelle, ich sage sexuelle Inhalte anzuschauen. Dem würde das so reichen, wenn die einfach über, über irgendeine, was weiß ich, wie es im Kindergarten abläuft oder wie es in der Schule abläuft. Wenn die irgendwelche Rollenspiele dahingehend machen, die müssen doch aber keine Rollenspiele machen darüber, dass gerade eben jemand geschwängert wurde oder jemand abgestochen wurde. Weißt du, das ist ja das Problem an den ganzen Sachen. Und gerade bei diesem Pädoseug, dann wird dann noch gesagt, ja, ich bin 12 und der 50-jährige Heinz-Peter hat mich gerade geschwängert. Ui, das ist ja cool. Bitte reitet nicht auf Stimmen von Protagonisten aus diesem Minecraft-Kinder-Channel rum, weil das bringt nichts. Der Hauptgrund, warum ich dieses Video hier produziere, sind die Videos, die ihr mit Miraculous Ladybug und Amy Rose hochlädt. Miraculous Ladybug ist eine Superheldin aus einer französischen Serie. Diese soll Kinder von 6 bis 11 Jahren ansprechen. Das heißt, wenn du Miraculous Ladybug in deine Videos einbaust, dann möchtest du faktisch gesehen, also Kinder von 6 bis 11 Jahren auf deinen Kanal ziehen. Es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wenn du diesen Charakter als Minecraft-Skin nachpixelst und in das Thumbnail diesen Charakter reinmachst, dass du dann Leute anstrengenst, die zwischen oder 6 bis 11 sind. Aber natürlich führe ich das hier eher auf die echte Serie ab. Ich meine, ich habe einen Dorftrottel-Skin in Minecraft und ich versuche ja jetzt auch nicht 12-Jährige auf meine Videos zu locken. Eine Serie wird ja nicht in den Alter kategorisiert aufgrund der Darstellung des Main-Charakters, sondern da spielt ja viel mehr da geht ja viel mehr mit einher. Schwierig. Ja, aber du musst ja trotzdem sehen, mir geht's eigentlich geht's noch nicht mehr darum, wie alt der Charakter ist, sondern die Zielgruppe ist 6 bis 11 Jahre. Das heißt, rein faktisch gesehen müsste, wenn Kinder das oder wenn Leute sich das anschauen wollen, müssten die ungefähr in dem Alter sein. Das ist, glaube ich, das Ding. Und dann ziehst du halt mega junge Leute an. Alter, ich erschaufe hier irgendwann von diesem Wiederkoller-Scheiß. Und das ist natürlich an sich erst mal überhaupt nichts Schlimmes. Ja, man zieht mega viele junge Leute an. Und dann bringst du aber Content oder Inhalte, die nicht für die Kinder gedacht sind. Das ist das Problem, aber das checkt das checken viel nicht. Videos für Kinder zu machen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht verwerflich. Allerdings gibt es dann halt einen Eiterbeule, der das Ganze doch einen wenig ekelhaft sexistisch aufzieht. Also da muss man auch noch schon mal das sagen, KuchenTV will jetzt in diesem ganzen Video sehr häufig das Wort sexistisch verwenden, aber das, was er meint, ist nicht unbedingt sexistisch, sondern es ist halt eher sexualisierend. Das ist gar nicht schlimm oder sowas, sondern es soll ja wirklich um eine Argumentation oder sowas gehen. Und zwar müsst ihr im Kopf behalten, dass diese Miraculous Ladybug 14 Jahre alt ist. Die ist 14 und geht noch zur Schule in der Serie. In einer Debatte jetzt über Kindervideos, wo er halt sich denkt, okay, das ist alles ein bisschen sexualisierend dargestellt, bin ich der Meinung, dass es nicht ansatzweise relevant ist, wie jung dieser animierte Charakter, der letztendlich sogar nur ein Minecraft Skin am Ende ist, auf einem Papier ist, den irgendein Regisseur oder sowas geschrieben hat. Da denke ich mir jetzt, ist es jetzt so relevant oder klingt es nur krass zu sagen, der ist auch noch in der Schule. Damit würde ich aber auch gleichwertig sagen, selbst wenn der Charakter auf Papier 18 wäre und sie wirklich sexualisierend wären, ist es genauso scheiße, wie wenn er 14 ist oder sowas. Ja, also hat er das ja wieder entkräftet. Also, der hat das jetzt einen Schutz genommen, der hat jetzt irgendwo das einen Schutz genommen, dass die halt 12 oder 16 ist. Also, zum einen hat er jetzt gerade eben diese Minecraft-Youtuber einen Schutz genommen und zum anderen sagt er dann, aber, es ist aber eigentlich auch egal, wenn du sexualisierst, ist das ja auch bei 18-Jährigen doof. Also, was ist denn das für ein Argument? Also, ich verstehe jetzt gerade das Argument nicht wirklich. Das ist für mich eine Logik, die komme ich nicht hinter. Zum einen beschützt er sie, zum anderen ist das wieder ein Front, währenddessen er sie beschützt. Hä? Also, also versteht ihr diese Logik? Ich auf jeden Fall nicht. Ich nicht. diese Ente in diese Ladybug verliebt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen weird. Ich finde, weird okay, kann man sagen, aber ich nehme mal an, in so gut wie jeder Kinder-Serie ist die leichteste Storyline, die du schreiben kannst, irgendjemand verliebt sich in den anderen. Das heißt, ich finde das hier als Storyline für ein Kindervideo schon mal völlig legitim. Und vor allem, wenn du bedenkst, Eiterboll ist kein professioneller Storyteller. Ein Video später sieht man dann diese Thumbnail hier mit dem Titel Miraculous Ladybugs Hose reißt in Minecraft. Und naja, die... Ja, und jetzt, jetzt erwarte ich halt doch irgendwo sein Statement dazu. Da sagt er jetzt, glaube ich, auch was dazu. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was er dazu sagt, weil ich finde, also ich finde, das ist einfach, warum so ein anstößiges Video, so ein anstößiges Thumbnail, obwohl das nicht mal im Video mit vorkommt. Und die gucken ihr auf den Arsch. Das ist mega sexualisierend. Und definitiv nicht vertrittbar. Die Blicke sind natürlich schon eindeutig auf den Schritt gerichtet und die beiden scheinen sich auch darüber zu freuen, was sie sehen. Beinahe 14-Jährigen, wie gesagt. Hier ist es, finde ich das erste Mal, eben ein bisschen kritischer, denn es ist schon, es wird ein bisschen obvious. Aber das Bild hier vorne von der echten La Ladybug ist halt natürlich ein sehr ungünstiges. IT wird gegoogelt haben, Ladybug wird das gefunden haben und dann hat er es draufgepackt. Das Bild existiert im Internet aufgrund der sexuellen Reize. Auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich aber so das Gefühl, was es am schlimmsten macht hierbei, was sind diese Herzen in den Augen, weil die schwingen noch mit, dass die beiden das schön finden. Gleichzeitig, davon bin ich in der Meinung auch nie vergessen, wenn es wirklich für, keine Ahnung, sieben- bis elfjährige gedacht ist, nehme ich mal an, dass die jungen Menschen gar nicht diesen Gedankengang haben, den wir haben. Ich glaube, die würden nicht mal diese Ist schwierig. Weiß ich nicht. Kann ich nicht, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen und ich kann es jetzt auch nicht zu 100% in Schutz nehmen, was er jetzt sagt, weil mittlerweile sind die Kinder, entwickeln sich schon viel weiter, was das angeht. Schwierig, weil ich muss sagen, heutzutage kommen auch Kinder schon mit sieben, acht, neun Jahren in die Pubertät, wo man damals gesagt hat, die Kinder kommen mit zwölf Jahren in die Pubertät, mit 13 Jahren teilweise. Heutzutage ist das einfach schon viel zeitiger, die beschäftigen sich schon viel mehr mit sowas und wenn die dann auch noch sowas vorgezeigt bekommen, lernen die das ja viel eher, dass man halt auf die Reize, dass man halt solche Reize bekommen, was nicht in dem Alter normal ist. Also ich persönlich finde das kritisch und ich weiß nicht, also ich würde es nicht in Schutz nehmen, bin ich ehrlich. Diese Verbindung spinnen können, also ich finde, die können mittlerweile schon die Verbindung spinnen. Out of context, würden Erwachsene das hier sehen, Männer, die hormongesteuert sind oder so, die würden sogar noch einen Schritt weiter gehen und so an Dinge wie fucking oder sowas denken. Unabhängig davon, dass sie jetzt wieder 14 ist, was halt einfach eh nur Bullshit ist, also das ist halt einfach nur eine Zahl. Es geht hier um den Körperbau, der komplett in der Pubertät gewesen ist, Pädophilie ist ganz klar vor Pubertät, denke ich mal. Ich finde, das hier ist das insgesamt das Heftigste, was die Jungs vielleicht falsch gemacht haben. Haben sie aber auch wiederum verbessert, sie haben es glaube ich geändert mittlerweile. Was man auch noch mal heranziehen sollte bei dieser ganzen Diskussion ist, es gibt super viele Kinderserien, bei denen etliche perverse Jokes waren. Jokes, die du echt sehr sehr früh hättest bemerken können, aber wir sie halt nicht bemerkt haben. da hat er recht. Das ist auch ganz oft bei Spongebob zum Beispiel der Fall gewesen oder ich weiß noch nicht, ob bei den Simpsons, aber bei Spongebob war es ganz oft der Fall, was man dann noch so mitbekommen hat. Da waren so viele Anspielungen und sowas, die halt die Erwachsenen sozusagen auch mit, ja, mit unterhalten haben. Weil die Erwachsenen haben es gecheckt, die Kinder haben es nicht gecheckt. Aber es wurden keine sexuellen, visuellen Sachen gezeigt. Ich glaube, das ist einfach die Sache. Hier geht es ja darum, dass das schon so visuell dargestellt wird. Ich glaube nicht, dass man bei Spongebob das visuell so dargestellt hat. Es gibt eine Kinder, warte, auf Kika kam das. Da gab es so eine Serie, da ging es drei Minuten über Schwänze. Und da ging es aber nicht über den Schwanz, wie wir das denken. Es ging über den Schwanz von Tieren. Ja, weißt du, es ging darum, dass, ja, mein Schwanz ist so hart und sowas wurde halt gesagt. Viele kennen das Video und ja, ich kann diesen Schwanz krümmen und da kamen so viele Sachen. Mega lustig gewesen. Eimer ich mich heute noch. Das checken kleine Kinder nicht. Aber wenn du das hier noch so, die sehen ja aber auch selber, dass das ja nur Tiere sind. Hier ist ja schon auf dem Thumbnail sowas Sexualisierendes abgebildet, was darauf hindeutet, dass natürlich dieser, dass das alles miteinander zusammenhängt, weißt du, dass die hier von denen entweder belästigt wird oder die, die so geil finden, dass sie jetzt gleich weggeflext werden. Man weiß es ja nicht. Hey, danke Leute. Ohne Scheiß. Wo Spongebob zu Gary sagt, lass du die Seife fallen und so Dinge. Da gab es etliche Beispiele, dass auch Erwachsene, wenn du das heute als Erwachsene mittlerweile guckst, dass du das mit ganz anderen Augen siehst und dir so denkst, Alter, okay. Aber zum Glück checkt das ist mein Kleiner noch nicht. Hier habe ich Real Talk ein ähnliches Gefühl. Selbst bei Spongebob gibt es eine Folge, in der ihm die Hose reißt. Und eine reißende Hose ist, glaube ich, als junger Heranwachsender ein anderes Zeichen als für uns Erwachsene im Sinne von Oh, da könnte man Nacktheit sehen. So als Jugendlicher oder als Kind eben natürlich, natürlich auch hat es was mit Nacktheit zu tun, aber es ist eher so dieses Uiuiui, ist es, deine Hose ist gerissen. Ich glaube, das ist eine ganz... Warte, wie ging das sieht? Weil er die Hose oder, ja, weil er die Hose gerissen hat. Das andere Herangehensweise, allein schon diese Stimme, die ist so unerträglich. Ich fronte jetzt gerne auch IT nochmal weg, aber auf halt Liebe an und Weise. Deren Stimmen sind so unerträglich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der checkt, dass das eine Doggy-Style Position ist, Stimmen auch nur vier Minuten lang ertragen kann. Wir machen weiter, aber wir halten nochmal fest, bis dato hat es rein gar nichts mit Pädophilie zu tun. Vor allem nicht ekelhafter, pädophiler Fetisch-Kanal. Ein Video später ist sie dann sogar schwanger. Wie gesagt, sie ist halt immer noch 14. Auch schwanger, ich kann es nicht mit Fakten belegen, aber dennoch bin ich es halt dreist, direkt verschw... Wobei, aber bei Fetisch kann es ja sein, die haben so einen Kindercharakteren-Fetisch. Ich meine, what the fuck, ich meine, diese Amy Rose ist einfach schwanger. What the fuck? Das siehst du nirgendwo. Das ist bestimmt aus so einer creepy Porno-Serie, was weiß ich, wo irgendwelche Kinder Serien, Porno, also ihr versteht, was ich meine. Dort ist vielleicht das Thumbnail her und auch das Bild geklaut, so gefühlt, wisst ihr? Und das wird dann dort einfach eingefügt. Das ist krank. Schwangerschaft mit einem Fetischkanal oder sowas zu vergleichen. Ein Kind, das diese Video schaut, denkt nicht sofort bei Schwangerschaft an den Akt davor, sondern es ist als Kind eine coole Sache, wenn du zum Beispiel auch siehst, dass deine Mama irgendwie nochmal schwanger ist, weil du halt ein Schwesterchen bekommst oder so. Das sind Schlagworte, die Heranwachsende interessant finden und cool finden. Selbst Kinder spielen doch, ich bin schwanger und meine Mama. Das ist was gespielerischeres und halt wirklich hat rein gar nichts mit Perversion zu tun. Und er brüstet sich ja quasi noch damit, eine 14-Jährige Geschwänger zu haben. Das finde ich ist krass gesagt. Sollte es so gewesen sein, wäre es natürlich unangenehm. Was brüstet er sich? Ich warte ganz kurz. Perversion zu tun. Und er brüstet sich ja quasi noch damit, eine 14-Jährige Geschwänger zu haben. Das finde ich ist krass gesagt. Sollte es so gewesen sein, wäre es natürlich unangenehm, aber ich finde allein schon mit dem Fakt, dass er glaube ich da nichts reingeschnitten hat, entkräftet ist. Aber da fallen dann halt auch so Sätze wie Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist nicht so, wie es aussieht. Hast du einen fucking 12-Jährigen gesehen, der in den Satz droppt? Mama, ich war gerade mit Nadine hinterm Busch, aber es ist nicht so, wie es aussieht. Nein, ein fucking 12-Jähriger wird das nicht checken, wenn das in diesem Content noch vorhanden ist. Dann ist es maximal für die Eltern, die sich den Scheiß mit ihren Kindern angucken müssen, dass nicht die Eltern was zu lachen haben. Der hat nämlich gehofft, mit denen ausgehen zu können. Das klappt am Ende aber leider nicht und er heult. Ja, ist schon echt schade, wenn man nicht mit 14-Jährigen ausgehen kann. Im Video muss man allerdings auch zugeben, dass halt vieles davon auch einfach absoluter Clickbait ist, da es in den Videos halt maximal ein oder zwei Minuten überhaupt um diese Person geht. Ist natürlich ein Punkt, den man kritisieren kann, aber damit hast du nichts. Also ich muss jetzt mal einfach sagen, ich finde so wie Stegi zum Beispiel die Videos macht gar nicht so schlecht hier. Das unterhält tatsächlich. Aber ich muss wirklich, ich muss Stegi kritisieren, dass ich, er nimmt das halt so übel locker, das Thema. Obwohl das Thema eigentlich unfassbar assoziant ist. Also wirklich unfassbar asozial ist. Und die Videos, die schauen auch nicht nur 8-Jährige an. Lass es mal 12, 13, auch 14-Jährige sein, die die Videos schauen. Keine Ahnung, ich würde es mir nicht angucken, aber wer weiß. Aufgrund von irgendwelchen Rollenspielen oder weil die halt damit wachsen, damit aufwachsen mit den Videos. Lass es einfach mal so ein 13-Jährige sein, der versteht schon, was dort gemeint ist. So und, keine Ahnung, so nur weil das jetzt Jüngere schauen, heißt das nicht, dass man das weniger kritisieren kann oder dass es dann alles nicht so schlimm ist. Fühlt sich nicht ganz so, was es hat. Damit hast du jetzt endlich nur ein Argument gebracht, deswegen hat die Videos vielleicht kacke sind. Aus unserer Sicht, wenn Kinder trotzdem das schön finden, ey, dann passt es doch. Ist doch scheißegal, wir machen weiter. Sieht man ja beispielsweise schon in den Thumbnails eindeutige sexuelle Posen der Minderjährigen. Darüber hinaus ist das natürlich Minecraft und es ist Pixelgrafik, aber es wird hier natürlich eindeutig, was da dargestellt werden soll. Thumbnails ist das einzige, was man kritisieren kann. Es ist auf jeden Fall sexuell dargestellt gewesen. Ist nicht richtig, ist es wirklich nicht. Kann man kritisieren, sie haben es auch dann geändert und ich glaube mittlerweile ist es auch nicht mehr so, aber das ist auch jetzt schon alles. Wie ekelhaft ist das eigentlich? Ich meine, die Zielgruppe von dieser Person sind halt sechs bis elfjährige, die du damit auf deinen Kanal ziehst. Wie gesagt, das an sich wäre ja nicht mal ein Problem, aber warum ziehst du Videos, die für sechs bis elfjährige gemacht sind, bitte in so ein sexistisches Licht? Ich meine, was stimmt mit dir bitte nicht? Wenn wir uns die Videos mal angucken gleich, werdet ihr merken, es ist überhaupt nicht sexuell. Womit man ihm Recht geben kann, ist, dass der klickt. Er hat ja gesagt sexistisch, in dem Sinne, guckt euch allein schon die Titel an, die Thumbnails an, wie komplett krass das ist und es gibt auch Ausschnitte, wo es definitiv sexuell ist. um auf das Video zu klicken, vielleicht wirklich sexuell ist. Natürlich ist es nicht richtig, das zu machen. Wir schauen weiter. Ich habe mal über diese Amy Rose so ein bisschen recherchiert und ihr Originalalter ist halt einfach acht. Acht ist die in der Serie. Ich meine, das wurde irgendwann später auf zwölf geändert, aber wie ekelhaft ist das denn bitte? Also und da dachte ich mir wirklich, in welche Richtung geht es jetzt? Wir googeln, wie das Alter eines Charakters ist. Wir skippen ganz kurz rein, wie diese Menschen aussehen im Game. Diese Menschen sehen. Jetzt zeig dich doch. So sehen die aus. Es ist ein ganz normaler Minecraft Skin, der in Richtung dieses Charakters geht und diesem Charakter unterstellt man dann, er ist acht. Are you serious? Das ist so, wie wenn wir Waru gespielt hätten, wir irgendwie Mr. Morgan verhauen und dann jemand zu uns kommt. Aber habt ihr mal eigentlich gegoogelt, wie all dieser Steves? Aber es geht ja ums Prinzip, Junge. Es geht ja nicht darum, dass man sich jetzt vorstellt, dass jetzt hier mit dem Achterhäcken etwas passiert. Es geht einfach darum, dass ein angeblicher Achtjähriger Charakter so zur Schau gestellt wird, dass man ihn sexistische Dinge macht. Weißt du? Also keine Ahnung, ich finde es geht einfach ums Prinzip. Und wenn man sich dann vorstellt, dass er acht ist und keine Ahnung, die noch geschwängert wurde und was weiß ich, das ist halt lost. Also weiß nicht, ich finde auch die Argumentation von Steki. Ich kann es, ja, ich kann es verstehen, was er damit meint und meinen will, aber ich finde es schwierig, generell sowas zu verteidigen. Also ich weiß nicht, ich würde es nicht verteidigen, bin ich ehrlich. Lucky Stark. Skin ist, der ist halt eigentlich neun. Du hast gerade ein Kind geschlagen. Bitte nimm das Video offline. Das ist so abstrus, jetzt irgendwelche Alter da einfach zu googeln und dann jemandem zu unterstellen, du nutzt diese Person, weil sie acht ist. Jetzt spinnest doch mal eine Sekunde weiter. Zeig mir den einen Elfjährigen von mir aus oder Neunjährigen, der sich die Scheiße auf YouTube anguckt, die Stimmen anscheinend cool findet, warum auch immer, weil er Gehör geschädigt ist oder was auch immer und denkst dich, oh geil, ich finde das Video nur geil, weil der Charakter Original in Minecraft 8 ist, oh geil, 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 geil. Willst du mich komplett verarschen? Diese Acht-Jahres-Debatte spielt keinerlei Rolle. Ich check's wirklich nicht. Diesen Vergleich auf acht Jahre zu gehen, das ist so skurril. Hä? Ich versteh's wirklich nicht. Allein schon, dass du das siehst, irgendein Autor hat mal gesagt, sie ist acht und dann ist sie zwölf und das ist ein Argument. Boom! Habt ihr vielleicht selber so ein bisschen pädophile Neigungen und das ist halt eure Art damit umzugehen. Geilt euch das irgendwie auf, das in Minecraft nachzuspielen und euch später vorzustellen, dass es... Was ich jetzt auch noch mal im Kopf hab, ist, die Leute, die vielleicht danach gucken und so, die wissen in den Originalsendungen, wie die sich verhalten und dann verhalten die sich teilweise wie achtjährige oder dann später, wenn die so schon ein bisschen größer sind, wie zwölfjährige. Das übernehmen sich dann die Leute, die das, die dann danach suchen, gucken dann auf YouTube und dann stellen die sich das vor, ja, acht, zwölf, hm, nice und dann auch diese sexuellen Handlungen, oh, auf jeden Fall geil. Also das wird ja schon mit übertragen, das Alter. Also ich find schon, dass es in den Köpfen drin ist, dass das Alter schon da eine Rolle spielt und ich find's traurig irgendwie, dass es auch verteidigt wird. Sorry, aber man kann auch kein Eiterbeule, man kann auch kein Petrit, also ein Denti verteidigen für so eine Scheiße, was die da machen. Also beim besten Willen, also das versteh ich zum Beispiel gar nicht, wie sowas verteidigt werden kann. Also versteh ich, ich steh hier nicht. Was denn echt passiert ist oder was? Ich mein, ich kann mir Realtalk halt nichts anderes vorstellen als diese beiden Dinge. Und das ist halt mega dreist. Das ist so fucking dreist irgendwie, das zu droppen. Ich kann mir vorstellen, das machst du halt auch, um halt einfach Clickbait zu haben, um einen coolen Titel zu haben. Aber es ist halt wirklich verletzend und uncool, weil die Leute auf einmal richtig scheiße dastehen. Also das ist so eine dreiste Aussage, die überhaupt nicht geht und vor allem, weil Eiterbeule schon gehasst wird. Bis du in irgendeinem Freundeskreis sagst du, du bist alter Eule, kriegst du wahrscheinlich eine Faust in die Fresse, weil irgendwelche Leute auch noch immer Hasskicks gegen die schieben, obwohl du niemandem was getan hast. So diese Welt ist... Ach du Scheiße, jetzt Alter, der verteidigt den ja mal brutal. Ach du Scheiße. Sorry, aber... By the way, Pädophilie okay, diese Ausleben, Kindesmissal. What the fuck, Alter, Pädophilie ist nicht okay. Das ist irgendeine Störung. Ja, moin. Also sorry, aber... Ich finde, also ein Eiterbeule wird ja gerade auf Krampf übel verteidigt. Obwohl der mit... Also wirklich sorry, aber... Also Eiterbeule, der hat auch bei mir versucht, ne? Wirklich so cool zu sein. Ist mir gefolgt auf Instagram und da war alles cool, geiler Typ und so. Ja, hier Alpha Kevin, nice. Hat öfter mal mit mir geschrieben, hat gesagt, hier, komm mal auf Discord, auf TeamSpeak. Komm, lass mal noch und ich schnacken und so. Ich habe übrigens nie mit ihm geredet, weil ich das... Keine Ahnung, ich wollte das nicht, weil ich sein Content so schrecklich fand. Und dann hat er gesagt, lass mal treffen. Da habe ich gesagt, okay, aber jetzt, das geht hier gerade nicht. Also ich treffe mich doch nicht mit ein, der so eine Scheiße macht, ohne Witz. Ey, wirklich, hat er wirklich... Es ist kein Scheiß, ne? Das hat er wirklich gesagt. Der hat auch mal mit Kuhne was gemacht. Der war auf irgendwelchen Videodays oder so. Also er hat wahrscheinlich schon mit vielen Leuten halt Kontakte geknüpft und sowas. Aber ich finde, wer sowas macht, Leute, ey, sorry, aber mit dem möchte ich halt nichts zu tun haben, weil es mir einfach nur peinlich wäre. Also es wäre mir Realtalk richtig peinlich. Das ist so dreckig, was... Ach, scheiß drauf. Oder habt ihr vielleicht selber so ein bisschen pädophile Neigungen? Und das ist eure Art damit umzugehen. Das Einzige, was ich mir halt höchstens noch vorstellen könnte, ist, dass ihr damit vielleicht auch pädophil auf eure Videos locken wollt. Ich meine, Pädophile versuchen sich ja die Fantasien halt irgendwo zu finden. Und vielleicht reicht das einigen ja auch, das in Minecraft gespielt zu sehen und es sich danach im Real Life einfach vorzustellen, dass das passiert ist. Okay, gehe ich jetzt eher... Da muss ich sagen, gehe ich eher weniger von aus. Was ich eher kritisch finde und ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde es eher kritisch, dass wahrscheinlich Pädophile vielleicht auf diese Kanäle draufgehen, in die Kommentare gucken und sehen, A, das sind kleine Kinder, die reinschreiben, die sind leicht beeinflussbar und dann fangen die an, mit denen zu chatten. Und es gab auch wirklich Leute und das hat ja auch Dude mit Maske mal in einem Video gesagt, die dort die Telefonnummer hingeschrieben haben. Die hier die Telefonnummer hingeschrieben haben und haben geschrieben, hier, melde dich mal. Und sobald ein Kind sich darauf einlässt, aus waschen Gründen auch immer, die sind so naiv, so leichtgläubig, die denken, okay, ja, das ist jemand, der möchte mit mir schreiben, da bekomme ich Aufmerksamkeit, weil es einfach einige möchten. Leute, ganz ehrlich, das ist doch das Gefährliche. Problem wird, Problem war hier, dass Kuhne vor allem das nicht erwähnt hat, aber auch das kann natürlich, also ich bezweifle fast, dass es möglich ist, dass Leute sich darauf aufgeilen, aber ich denke, die Gefahr geht eher dabei aus, dass Jüngere und sehr alte Leute in den Kommentaren sind. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich zu sagen soll. Das ist so, wie wenn irgendjemand einfach nur Content macht, bei dem es irgendwas mit Jüngeren zu tun hat und du ihn einfach unterstellst, du machst das nur und du hast nur Erfolg, weil Pädophile deinen Scheiß gucken. Zumal dieses Argument, einfach immer zu sagen, naja, wenn du nicht der Pädo bist, dann machst du es für Pädos. Ist halt auch einfach dein Haar herbeigezogen. Ich habe auch das Gefühl, dass QNV ein Video über Stegi macht. Ich glaube, ich glaube, QNV macht ein Video über Stegi. Bin mir relativ sicher. Was ich halt ebenfalls nicht verstehe, ist die Tatsache, wie man sich in diesen Videos dazu halt noch so unfassbar wenig Mühe geben kann. Wieso haben Zuschauer immer die Meinung des Videoproduzenten? Auch bei dir kommt das ja so vor oder wie hier bei Stegi, kommt ja gefühlt allen vor. Schaut euch einfach die Kommentare an, haben die Zuschauer nicht mehr ihre eigene Meinung oder was. Fällt extrem auf, das stimmt. Fällt extrem auf. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich sie identifizieren sich mit den YouTuber, glauben dem das, einfach weil sie ihn cool finden und weil er sonst immer gute Videos macht und auch immer die gleiche Meinung sozusagen hat. Dann gibt es mal ein Video, wo es sozusagen mal relativ kontrovers ist und dann sagen die, ja, der wird schon recht haben, weil schließlich hatte er sonst auch immer meine Meinung und dann ist das schon alles viel logischer. Weiß nicht, an was es so richtig liegt, aber die Leute, die laufen da natürlich viel mehr hinterher. Das stimmt. Ich denke, viele haben Angst, ihre Meinung zu äußern, damit sonst direkt zu Tode gespammt wird. Das Ding ist halt eigentlich, als Kommentar wirst du eigentlich nirgends wo zugespammt. Was wird denn dir als Kommentarschreiber, was wird denn dir passieren? Du bist in den Kommentaren, wow. Wow. So, du hast, also, also, eigentlich interessiert es dich doch gar nicht, wenn du einen Kommentar schreibst, anonym sozusagen, und jemand schreibt drunter, dass du ein Hurensohn bist, dann denkst du dir so, wow, ich habe einen Kommentar geschrieben, der kennt mich nicht, ich bin ergeblich ein Hurensohn, der juckt mich halt nicht. Also, so würde ich das sehen. Deswegen, Leute, vertret eure eigene Meinung, reflektiert, schaut, was ist, aus welcher Sicht man das noch betrachten kann, dann ist alles gut. Aber, lauft nicht aus Prinzip blind hinterher und, ähm, ja, beschützt, krampfhaft, euren Lieblings-Youtuber, was weiß ich. Jetzt erzählt er halt Dinge, die er persönlich kacke findet, was absolut unnötig ist, die aber halt die 10 Minuten voll machen sollen. Also, wo du einfach dir so denkst, naja, aber es ist halt nicht seine Sache, was die für Content machen, vor allem, wenn es halt Kinder ja cool finden und sie ja eben die Klicks haben und wenn halt die Jungs kacke Videos machen würden, dann würden sie halt auch zukünftig keine Klicks mehr bekommen. Aber jemandem halt zu sagen, du machst schlechten Content, obwohl er Klicks hat, ja, weiß nicht, ist nicht so sinnvoll. Ich als leidenschaftlicher YouTuber verstehe es halt Retalk einfach nicht, wie man so wenig Liebe und Mühe in ein Werk stecken kann. Ja, und zum Beispiel, dass er das halt kritisiert ist. Junge, wie sieht KuchenTV aus? Kann man bitte mal einen Screenshot machen und ganz, ganz viele Memes erstellen, Kappa? Das halt. Was bringt's? Es gibt einen Julien Bam, der gibt sich mehr Mühe als du, Kuchen. Soll er dann sagen, ich find's krass, dass Kuchen... Junge, es sieht ja einfach aus, what the fuck, der einäugige KuchenTV, oder wie? Das ist ja ein ganz wilder Typ. KuchenTV sich nur so wenig Mühe gibt. Ist er momentan Vater? Weiß man das? Ich kann mir auch vorstellen, Real Talk, und da will ich auch nochmal eine Auffassung pflegt, noch eine andere ist, eine vielleicht objektivere, einfach nur, weil ich kein Vater gerade bin, gerade, dass sobald irgendwie so ein kleiner Bub da ist, oder ein kleines Mädel da ist, dass du dir halt auf einmal viel krassere eine Schutzrolle nimmst und so, und halt eine größere Angst davor hast, und dir so denkst, ja, das ist und das ist scheiße. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Okay, thanks, bye. Okay, was wir schon mal halt festhalten können, ist, wie gesagt, Thumbnail und so, ist natürlich, ja, kritisierbar, aber schaut mal hier, wenn das jetzt nicht das ursprüngliche Video ist, tut es mir leid, Kuchen, also wirklich, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden, das Thumbnail wurde halt natürlich nachhinein wahrscheinlich geändert, weil sie halt ein bisschen einen Shitstorm bekommen haben und so, ja, vielleicht haben sie davor nicht drüber nachgedacht, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen schlauer darüber geworden, ich habe nicht drüber nachgedacht, Bruder, ja, moin, die haben einfach nicht drüber nachgedacht, ja, also ich glaube, da haben wir Ziegen, dass sie einfach nicht drüber nachgedacht haben, ähm, dort Herz Augen in Richtung für, von dem Arsch zu machen, ja, Bruder, also Stegi auf jeden Fall, also ich denke auch, die haben da nichts drüber nachgedacht, und machen sowas nicht mehr in die Richtung, was ja schon mal perfekt wäre, dann hat sich dein Video gelohnt, aber dann wäre das Pädoy- Junge, was ist denn das für ein Thumbnail, man, wirklich, also, ey, du kannst jetzt auch einfach die ganzen kleinen Kitties mega verstören, Junge, jeder, der Amy Rose kennt, denkt dann so, what the fuck, alter, holy shit, ich habe jetzt Angst vor diesem, vor, äh, schwierig, für die gelabert, dennoch ein bisschen, finde ich too much gewesen, denn, wir schauen uns jetzt mal die Sache mit der Hose an, die reißt, denn, ey, ich habe selbst kaum glauben können, was da gerade passiert ist, der fällt eigentlich so lang für den Follow uns, Sushi Duke, eine Szene, die schon sehr eben sexualisierend, ja, promotet wurde, aber, jetzt sehen wir mal wirklich die Szene, und no joke, ich war wirklich positiv überrascht, von hier, alter Beule, und habe mir wirklich gedacht, Bro, es tut mir noch mehr jetzt leid, dass hier solche Sachen an den Kopf geworfen wurden, weil, der Content selbst, ist, finde ich, in dieser Szene, nicht mal einen Hauch von fragwürdig, ich beweise es euch, 3, 2, 1, und, Aschbombe, Aiti, Aiti, Hilfe, Hilfe, Was meinst du? Aiti, Oh mein Gott, Guck nicht hin, guck bitte weg, bitte guck weg, Ist gerade ernsthaft, einfach deine Hose gerissen? Ja, meine Badehose ist gerissen, Aiti, das ist ja mega breit, Oh mein Gott, das ist echt, ultra peinlich, soll ich vielleicht mal am Schiff gucken, ob ich noch einen habe? Ja, bitte schau nah, ich kann doch nicht so nach draußen gehen, ich warte auf dich die ganze Zeit, Warte, ich gucke nicht hin, und, zack, aber, ich frage mich gerade eben, ob er dann auch das einblendet, was Kunefer wirklich als Ausschnitt, oder als Einblendung mit reingefügt hat, sieht nämlich nicht so aus, Kunefer hat doch eine Einblendung gemacht, in seinem Video, wo gezeigt wurde, dass eben Eiterbeule auch so sexuelle Sachen anspielt, oder ich weiß nicht, ob es nur Eiterbeule war, kann auch Dandy gewesen sein, und Achtung, das ist mega, als ich das von KuchenTV gehört habe, habe ich damit gerechnet, dass da jetzt sowas gesagt wird, wie, oh, lass ihr keine Hose geben, komm mal her, komm mal her, wir holen sie aus dem Wasser, irgendwie richtig abstruser, crazy, pervert, scheiß shit, wo ich dann sogar, ja okay, dann kann man den auch scheiß aufmelden, aber das, letztendlich vermittelt das Video, sogar irgendwo annehmbare Werte, und zeigt halt, er schaut sogar weg, er gibt die Hose zurück, alles ist gut, sie sieht sich die Hose an, sagt danach, oh, hier, du hast schon mal die Hose gerissen, wo ich mir so denke, ich habe damit gerechnet, dass es jetzt richtig unangenehm wird, jetzt wird es richtig, richtig ekelhaft, aber das, ich bitte euch, um noch fair zu sein, das andere ist ein bisschen verwerflicher, ah ja hier, er badet heimlich mit Miraclex Scheiß, hier geht es schon mehr in Richtung, Sex oder Sexual, aber dennoch halt, vielleicht kindgerecht, wir schauen es uns an, warum badest du mit Ladybug, es ist nicht so wie es aussieht, ey, ihr planscht zusammen, ihr schwimmt zusammen hier, ihr seid zusammen mit Wasser, es ist einfach, äh, ich bin der Ente, was geht, hey Leute, fühle, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich tatsächlich nicht, was du sagst, so alles in allem, fand ich das Video argumentativ, eher sehr schwammig, sehr schwammig, und hier gibt es auch viele Kommentare, aber wer schreibt das, Pädophilie ist okay, diese auslebende Kindesmisshandlung, ich finde Pädophilie ist ja schon, also es ist ja auch so eine, so eine Zwangsstörung, würde ich fast sagen, dass man darauf steht, das ist ja nicht okay, das ist ja nicht normal, sag ich mal, äh, also die Leute können sich das nicht aussuchen, Pädophil zu sein, aber es ist nicht normal, ähm, hey, ich denke, ich würde gerne mal mit dir über das Thema reden, weil ich glaube, das ist ein paar Sachen falsch verstanden, ich bin ein treuer Zuschauer auf YouTube und Twitch, blablabla, ja, finde ich gut, ähm, aber bei dem Thema muss ich Gucken einfach recht geben, Bro, die nehmen doch extra die Seriencharaktere für Klicks auf Hand, in den Titel und als Minecraft Skin, natürlich kann man die dann mit den Eigenschaften, wie dem Alter aus der Serie gleichstellen, weil sie eben die Minecraft, aber muss ich sagen, in den Kommentaren steht doch eigentlich relativ viel für QNV drin, oder? Ich drückere, dass diese Lichtplatten, ich verstehe nicht, guck mal, hier sind gerade fast nur Leute drin, die, die ihn kritisieren daraufhin, ne, und trotzdem hat das Video so krass viele Likes, weil viele Leute liken einfach, ohne sich das Video überhaupt angeschaut zu haben, ich sehe es ja bei mir auch, ne, ich lade ein Video hoch, ich bin da, ich freue mich da auch immer, wenn ich Likes bekomme, keine Frage, ich lade ein Video hoch und ich habe nach einer Minute, nach zwei Minuten schon 70 Likes, da denke ich mir so, krass, Alter, 70 Likes nach zwei Minuten, zu krank, ne, aber, letztendlich denkt man sich dann so, ja, aber die haben sich das Video noch gar nicht angeguckt, und die haben aber schon geliked, und am Ende sage ich irgendwas komplett Verwerfliches, und die liken das einfach, wisst ihr, ist schwierig, bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.